Unser Name Schenker steht seit 1872 für die effiziente Organisation und Abwicklung von Warenströmen. Jetzt wurde Firmengründer Gottfried Schenker posthum für sein Lebenswerk in die Logistic Hall of Fame aufgenommen. DB Schenker bietet heute die komplette Palette der integrierten Dienstleistungen im weltweiten Verbund von eigenen Niederlassungen. Vom Landverkehr über Luft- und Fracht bis hin zu umfassenden Logistikkonzepten. DB Schenker bündelt mit über 91.000 Mitarbeitern an 2000 Standorten in 130 Ländern die Transport- und Logistikaktivitäten der Deutschen Bahn AG und besetzt Top-Positionen Europa und weltweit. Wir sind Marktführer in Europa im Schienengüterverkehr, im Landverkehr sowie im kombinierten Verkehr. Wir sind die Nummer 1 auf allen europäischen Messeplätzen und bieten Full-Service für Überdimensionales. Wir sind weltweit die Nummer 2 in der Luftfracht und die Nummer 3 in der Seefracht rund um den Globus. Und auch im Bereich der weltweiten Kontraktlogistik gehören wir zu den Besten.